So, Fototeam, jetzt haben wir das erste Fotosouvenir heute im Terminal, aber jeden Tag haben wir fantastische Fotosouvenire in der Aktivität, in der Ausflug, in der Galaabend. Nicht morgen, aber immer morgen ist unser Galaabend, Kapitän Gala Coctel. So haben wir dieses fantastische Fotosouvenir und natürlich eine fantastische Fotopräsentation in der Photoshop. Wo befindet die Photoshop? Ein Deck oben, ein Deck oben, eine Promenadedecke. Aber unsere Fototeam prepariert auch eine fantastische Video für ihre Kreuzfahrt, eine super Video, Sie können auch diese Video in der Hände vor die Kreuzfahrt.